season 9 kapitel 1 season 9 teil 1 kapitel 3 disney speedstorm looking for trouble such the karibik season wir starten rein ins dritte kapitel und damit herzlich willkommen zu einem neuen part ich habe zwar einen wettverkacken am anfang aber ist mir scheißegal wir müssen ihn ein bisschen verbessern das können wir aber auch noch wir haben ein bisschen ab ein bisschen so gespielt ein bisschen geld verdienen 19 ist doch gut schon mal gut kommen wir müssen nur gewinnen wir fahren in mickey maus land rum ja fliegen wir denke ich hin ich hoffe wir schalten heute noch seine spezialfähigkeit falsch weil ich möchte gerne wissen was er an spezialfähigkeiten hat oh mein gott wir schaffen es doch nicht denke ich er fett sich aber auch scheiße oh man aber wir müssen nicht einen von den leveln weil die alten muss der karibik aber ich habe auch noch keine spezialfähigkeit bei ihm die laden jetzt voll auf sonst macht die fernsehen alle wir müssen ja nur erster werden das sind ein bisschen scheiße an dem spiel man also kein rückwärtsmodus erstens also wir werden überholt wenn man schon einen nitro geboostet hat wenn man nitro zündet und wir werden überholt was ist das für eine scheiße wenn du nitro boostet Alter Junge warum fliegt ihr so langsam da hoch alter wenn du nitro boostest dann alter oh mein gott dann muss ich mich mal konzentrieren wenn ich jetzt genau wenn ich das nitro düse und dann so eine spezialfähigkeit bekomme dann oh mein gott das ist so knapp gerade ich hätte den ersten was es nicht geben oh mein gott oh mein gott wie knapp alter schön erstmal altro rein knallern so was kriegen wir oh nächste den kriegen wir oh was keine inlandsverbindung aber ich nehme auf oder jawohl ok oh geil verbesserungsnütze nächstes mal kriegen wir ihn hier nochmal das ist ganz gut eigentlich gewinner das sind die ersten drei gewinner das rein und aktiviert dann das bloß da so jetzt jetzt können wir wieder sie auswählen wir können wir leveln ihn auf jeden fall weiter ihn zu leveln macht keinen sinn weil wir ihn als spezial also als season charakter brauchen um die sie sind ein gegner zu fahren deswegen sonst wird ich natürlich captain sparrow auch leveln und können schön johnny depp wie gesagt habe ich nicht alle flugdecker die teile gesehen ich habe die ersten glaube ich gesehen und den letzten und den zarrer verstrachen aber soll ja dieses jahr glaube ich ein neuer rauskommen habe ich gehört aber ich will jetzt nichts falsches sagen ich will jetzt nicht sagen aber eine neu umgebaute map ja gibt ja auch eine neue map würde ich jetzt nicht sagen aber eine neu umgebaute map ich weiß gar nicht wie ich das nicht freigeschaltet habe durch technische kisten oder so vielleicht weil ich bin jetzt gerade, ich muss mir das jetzt mal angucken, könnt ihr ja machen, ich weiß es ein bisschen nicht machen. Wie ich die freigeschaltet habe, das weiß ich gerade nämlich nicht. Wie gesagt, ich habe in einer letzten Business Beatstorms bestimmt schon mal eingefroren, warum ich keine Online Parts mache. Natürlich wäre es schön mit euch zu zocken und so, aber die Online ist irgendwie, wenn du da hohes Level bist, oh, hast du quasi schon gewonnen, also nicht, hast du, guck mal, bis unter den ersten drei und die, die niedrig Level haben, die kriegen ja nichts und das finde ich ein bisschen schade. Ja, das ist auch mal schönes Rennen gewesen. Wir müssten auch die Punkte bekommen, weil ich habe auf jeden Fall nicht. Ah, das kriege ich nie hin, keine Ahnung. Dann müsste ich, ja, keine Ahnung, was ich dafür machen muss. Wir können hier auf jeden Fall hier was einfordern, das machen wir natürlich gleich auch. Hallo, ich will hier was einfordern. Wie gesagt, die, äh, die Kisten zum, oh. Ah, ne, wir haben ihn schon einmal bekommen. Äh, hier oben, Fuß der Karibik, da geht's auch weiter. Was haben wir hier unten? Welches Level? Level 2. Äh, ne, danke. Lieder und Stitch, da haben wir ihn. Wir haben alle und ich habe den schlechtesten einfach hochgelevelt. Aber ich kann ja mal verbessern, weil jetzt kriegen wir einen neuen Stern und kriegen die Spezialfähigkeit von ihm. Jawoll. Und, komm, kostet nur 800. Äh, welches Level müssen wir dann sein? Level 15? Oh. Vielleicht ist er doch jetzt besser als ich, aber ja, ich mag den nicht. Er sieht zwar so aus wie ich, deswegen mag ich ihn wahrscheinlich auch nicht, weil er so aus wie ich. Ne, das kann man rutschen mit den Sonnen auf einer Glendpipe. Okay, ich weiß gar nicht wo da. Natürlich habe ich mich bekommen. Warum auch. Oh Mann, ich hätte weiterrutschen können. Wusste ich nicht. Ich habe mir immer nie so gespielt. Oh Mann, ich weiß gar nicht. Weil der fickt mich manchmal. Der, ähm, ja doch, er fickt mich manchmal. Er fickt mich manchmal, wenn er, ähm, haben wir mit Wasser gestartet? Ne, wir haben hier mit Wasser gestartet, stimmt. Der fickt mich manchmal, wenn ich mit ich habe. Der normale Attacke ist die hier. Okay, keine Ahnung. Oh, er macht hier hinter sich. Ich würde dich gerne auf einer Spezialattacke sehen. Weil das jetzt leicht gedrückt ist. Also du kannst verschiedene Attacken hier machen. Wenn du leicht drückst, dann machst du die normale Attacke. Und wenn du länger Dreiecks gedrückt hältst. Aber jetzt müssen wir es nochmal schaffen. Sag mal, ich wollte die. Wieso ist das Spiel so dumm? Oder habe ich nicht einfach falsch gefahren? Ich war abgelenkt. So, was hat er jetzt? Keine Ahnung, was das macht. Okay. Ich mag ihn immer noch nicht. Er hat vor allem auch vier Augen, gell? Deswegen mag ich ihn nicht. Weil er so viele Augen hat wie ich. Aber wir haben es geschafft. Das ist schon mal gut. Ja, wir kriegen ihn. Das ist gut. Wir kriegen nochmal die Chance unseren... Wie heißt er nochmal? Den Namen vergessen gerade. Will Turner. Willi Turner. Äh. Ich hab bestimmt alles falsch, ey. Flamed mich gerne in den Kommentaren. Ich mag sowas. So. Oh. Chess, haben wir nicht mal freigespielt? Ja, tatsächlich haben wir auch mal freigespielt. Ich könnte natürlich jetzt sie leveln. Also hier haben wir von ihr. 29 könnte. Was riechen dafür? Von ihr habe ich aber auch kein genug. So, Lillo und Stitch. Also, ich weiß nicht, wie viel Sinn das ich meint ihn jetzt noch mal zu sehen. Aber ich denke, sie ist besser am Start. Ich gewinne das Rennen. Wir sollten locker hinkriegen. Locker auf Locker. Gott. Locker. Auf Lock. соверш. Ja, Leck hat gar nicht. Ok, das fährt viel Spaß zusammen, Alter. Oh mein Gott, da muss ich wieder ausgehen. Okay. Jawoll. Beil. Okay. 21? Oh mein Gott. Das ist ja Goldplus Simulator. Irgendwann nenne ich es so ein Part Goldplus Simulator. Oha. Die können wir natürlich gratis gerne mit. Wir haben alle Lila und Stitch Charaktere. Die hat man mal an Weihnachten als Adventskalender bekommen. Ihn habe ich mir mal gekauft. Oder freigespielt. Und dann den Rest gekauft. Ich habe von ihm aber auch nur 20 Marken. Also ihn aufzuleveln macht auch wenig Sinn. Weil ab Level 10 sind es dann 2 Marken. Soweit ich weiß. Aber ist doch schön, dass ich auch mal einen Charakter habe, den ich hochgelevelt habe. Oh. Tentakel. Ich habe ja wie im ersten Platz Saratsal gesagt, aber es ist gar nicht Saratsal. Ja, wie soll man denn da ausweichen, Junge? Ja, wie soll man denn da ausweichen, Junge? Ja, wie soll man denn da ausweichen, Junge? Ja. Und da. Ja. Super. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe früher immer gern Toppie geguckt, das ist so ein YouTuber, der hat immer mal neue Spiele gemacht. Im Moment lädt er nur Disney Stream Valley, Stream Village Valley, Stream Land Valley oder so hoch. Ich finde es schön, dass da so viele Parts von dem Spiel hat, aber ich verstehe nicht ganz, warum man das so lange spielt. Aber das ist bestimmt bei Disney Streams genauso. Also ich spiele es ja auch privat ein bisschen, weil es ist einfach so ein schönes Spiel, was man mal zwischendurch spielen kann, wo man sich hinsetzen muss, so was mache ich jetzt? Ich überfalle jetzt eine Bank wie ein JDA, muss Vorbereitungsmissionen machen, dies, das. Oh, dann kriege ich sie nochmal, das ist cool. Okay, ähm... Also die alte Fähigkeit, das ist schon mal richtig gut. Rechte ist vorgegeben, 1,20. Wir könnten es mit ihm versuchen, aber ne. Ihr Auto ist eigentlich am schönsten, das ist gar nicht so, obwohl er hat auch was, aber... Das wäre zu rot, aber ihr Auto? Ähm... Das ist die Frage. Oh, komm, wir versuchen es mal mit ihm. Das ist gut, weil wir sind ja nicht so schnell. Oh, Angst hat jeder Angst! Ja! Oh, ich hab mich richtig Spaß gemacht. Oh, wasなるほど. Oh, was ist das? Oh, ich hab dich gefkat. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, ich hab dich doch ge Burchend, doch nicht. Oh, was ist das? Ich will die Spezialfehrigkeit heute mal sehen. Ok, er ist ja auch so low, die Angst damals. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt lange gedrückt habe. Ich habe kurz gedrückt, jetzt drücke ich mir lange. Ne, ich habe auch kurz gedrückt. Ah, ok, so eine Art Schild. Ja, aber... Nach der Season werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr levelen, ohne die Angst. Oh! Ha, 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 ha! Ja, ist ganz ok. Die sind beide schlecht, finde ich. Die beiden, eigene Fähigkeiten von den beiden. Müsst du eigentlich, ja, wer jetzt auch fragt. Weil ich war jetzt schon sehr, am Anfang sehr schlecht, aber nicht so schnell wie die anderen. Riesenpass, nee, Goldpass Simulator. Oh, was kriege ich jetzt? Habe ich irgendwann ein gutes Glück bekommen, oder? Nein. Was cool hat er bekommen. Ha, nein. Oh, der ist ein Kuh-Mitglied. Oh. Was kann er? Ein Booster? Oh, das ist eigentlich relativ gut sogar. Müssen wir mal gucken. Aber hier unten kriegen wir auch noch was. Gegen München. Ja, haben wir auch nicht genug. So, Fluch der Herkules. Oh. Wir können sie mal fahren. Oh, wir können sie richtig hochleveln. Herkules könnten wir auch fahren sogar. Wo Hülter? Alter, hat die Talie. Sieht ja so, sieht normal aus. Guck dir mal an, wie dünn die Talie von ihr ist. Er ist auch ziemlich schön. Alter. Ohne Scheiße, oder? Da hat sie noch nicht mal einen Knackarsch. Oh, ho, ho. Ey, warum geht's? Ich hab' ich Knackarsch gesagt, oder? Ja, irgendwie gefällt sie mir besser. Äh, ich fahr mit ihr. Hab sie am höchsten gelevelt. Wir könnten Max zwar auch hochleveln. Habt ihr ja gerade gesehen, wir haben recht viel. Aber ich will meine Dinge eigentlich sparen für... Für schlechte Zeiten. Ich will das dann, okay. Oh mein Gott, Fahrer. Oh, nope. Das war mal bei, eh. Das war mir. Das war mir. Ich bin mir. Och, da ist mir. Das war mir. Oh mein Gott! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020